Dafür, dass man sie ziemlich laut stellen kann, sind sie eigentlich als Produkt ziemlich geräuschlos am Markt. Die Rede ist von den AirPods. Sie spielen natürlich ja sicherlich auch für viele Hörer dieses Podcasts eine zentrale Rolle. Und ja, wie geht es weiter mit den AirPods? Wo stehen sie aktuell? Das sind Fragen, die wir gerne mal erörtern möchten in dieser Folge 77 des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ja, gut zu hören. Gut zu hören auch, dass Leo Becker wieder in der Leitung ist. Hallo Leo, grüß dich. Hallo Malte. Ja, ich bin gespannt auf die AirPods. Die fühlen sich für mich so nach Urlaub an, aber vielleicht liegt es daran, dass der Urlaub auch bevorsteht und dann fühlen sich auch irgendwie die Themen plötzlich nach Urlaub an. Aber die AirPods sind bei mir im Alltag so angekommen, dass sie natürlich auch im Urlaub nicht fehlen dürfen. Also es ist tatsächlich ein interessantes Produkt, was ich schwerlich vermissen möchte, weil die einfach, die sind halt immer da und greifbar und möglichst auch aufgeladen und dann hat man sie im Ohr und es ist einfach sehr angenehm. Und ich vermute unter den Zuhörenden werden viele uns jetzt auch gerade mit AirPods hören, weil sich das einfach anbietet am Schluss. Da gehe ich fest von aus. Ich meine, gerade wenn du im Apple Ecosystem unterwegs bist, sind die AirPods ja aus vielerlei Hinsicht ja eben auch die erste Wahl, weil kein anderes Produkt ja vom Komfort her auf dem Systemlevel ja so herankommt. Also allein das spricht ja dafür, aber sie sind ja eben auch qualitativ immer noch eine Klasse für sich. Ich muss auch sagen, die AirPods sind auch bei mir ständiger Begleiter. Ich habe immer das Case in der Hosentasche, dass wenn ich dann irgendwie mal unterwegs was hören möchte, dann kann ich die eben schnell dann in die Ohren stecken. Und das ist auch ein Produkt, wo ich sagen muss, kaum eines habe ich so herbeigesehnt wie dieses. Also ich habe noch diese ganze Evolution mitgemacht von den kabelgebundenen Earpods hin zu, dass ich dann mir dann damals diese Bluetooth Kopfhörer gekauft habe, die noch so miteinander verbunden waren, dann mit so einem Band, dass man immer so ein Band unter dem Kinn hängen hatte, was total nervtötend war. Und da habe ich damals schon gedacht, wie großartig wäre es, wenn man jetzt so Funk Kopfhörer hätte, die so aber jeder vereinzelt für sich sind. Und es hieß damals große technische Herausforderung. Das muss ja eben synchron sein. Das ist alles nicht so einfach. Und dann kam Apple damit um die Ecke. Und das war wirklich so. Ja, also da denke ich immer noch gerne daran zurück an diesen Moment, als ich die ersten AirPods hatte. Und es ist ja auch faszinierend, welche Entwicklungen, die ja auch sehr schnell dann noch genommen haben. Wenn man mal von den ersten ausgeht, die ja noch so ihre Ecken und Kanten buchstäblich hatten, hin zu den Modellen, die ja jetzt verbreitet sind. Und ich muss fast sagen, und das ist ja auch vielleicht Gegenstand unserer Betrachtung, die Frage, wie kann das denn eigentlich weitergehen? Also sind die AirPods nicht eigentlich schon in einem Zustand, dass sie so gut sind, dass der Druck, sie jetzt groß weiterzuentwickeln, nicht so groß ist? Sieht Apple ja offenbar genauso. Aber das schauen wir uns im Einzelnen mal an. Ja, wollen wir vielleicht mal beginnen mit so einem kleinen Blick auf das derzeitige Line-Up, uns das nochmal so zu vergegenwärtigen. Weil ich muss gestehen, so in der Vorbereitung der Sendung, ich habe selber festgestellt, dass mein Blick sich auf einzelne Modelle richtet. Aber so das Ganze hat man gar nicht mehr immer unbedingt im Blick. Es gibt ja tatsächlich noch die zweite Generation der AirPods am Markt. Ja, das ist wieder so eins von diesen Produkten, von denen Apple nicht loslassen kann. Also alte, das ist ja so eine Tim Cook Strategie, alte Produkte einfach im Line-Up zu belassen und halt preislich so ein bisschen nach unten zu bewegen. Und mitunter auch diese alten Produkte, muss man sagen, zu lange im Markt zu lassen. Also es gibt immer einen gewissen Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich kein Produkt mehr, was verkauft aktiv vom Hersteller, in dem Fall eben Apple, verkauft werden sollte. Ob das dann irgendwo im Handel natürlich vielleicht noch Restbestände zu finden sind, ist eine andere Sache. Aber die, also gerade die AirPods 2, das sind jetzt Geschichten, wo man wirklich sagt, ich meine, die findet man wahrscheinlich im Handel. Die gab es, glaube ich, auch sogar mal für Angebote für unter 100 Euro, wo man dann sagen kann, ja, vielleicht. Aber es ist ja ganz interessant und da kommen wir später auch, müssen wir auch nochmal zu kommen, an der späteren Stelle, dass ja Apple mit Beats auch so eine eigene Konkurrenzsituation ins Haus sich geholt hat und geschaffen hat, was wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist, weil sie machen ja fröhlich beides praktisch. Und ich glaube auch nicht, dass die sich gegenseitig Ressourcen abgreifen intern, weil Beats ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen sein eigenes Haus im Haus praktisch, seine eigene Firma, die da vor sich hin arbeitet an den eigenen Produkten. Und da ist ja auch interessant, da haben sie jetzt gerade ja, also Beats hat gerade sozusagen als Apple-Tochter plus minus so 90 Euro in ihrs auf den Markt gebracht. Also sie setzen da auch sehr verschiedene Preispunkte nochmal in diesem Line-up und ansonsten gibt es ja für alle Airpods mehr oder weniger auch ein Pendant von Beats, was meistens günstiger ist und eigene Vor- und Nachteile hat und natürlich deutlich kompatibler mit Android ist, was bei Beats einfach nach wie vor sie sehr beharrlich durchziehen. Während es bei den Airpods natürlich so ein bisschen, ja, ich meine, man kann sie natürlich schon koppeln als Bluetooth-Kopfhörer, aber sie verlieren natürlich eine ganze Reihe an Funktionen. Ja, ich frage mich ja bei den Airpods der zweiten Generation nochmal, also wir sehen ja auch in der Tat, dass Apple die ja auch dann koppelt in Angeboten. Zum Beispiel gab es ja jetzt wieder diese Bildungswochen, wo dann eben Studenten Angebote bekommen und dann werfen sie da bei einigen Produkten auch die Airpods der zweiten Generation dann so als Beigabe mit dann da rein. Als solche sind sie natürlich dann gut geeignet. Ich frage mich aber in der Tat, welchen Grund es gibt, diese 50 Euro zu sparen gegenüber den Airpods der dritten Generation, die ja schon eben deutlich mehr bieten. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das habe ich in Diskussionen noch im Netz immer wieder gelesen, ist die Frage der Passform. Also dass eben die Airpods oder generell eben solche In-Ear-Kopfhörer, solche Kabellosen halt mit dem systematischen Problem leben müssen, dass die menschliche Anatomie, die Ohren unterschiedlich beschaffen sind. Und obwohl Apple da ja auch beteuert, sie haben eben, weiß nicht, eine Million Ohren gescannt und haben so den goldenen Schnitt dann heraus ermittelt, ist es trotzdem so, es gibt eben die Nutzer, die darüber klagen, dass es trotzdem drückt oder wehtut. Und dass sie vielleicht diese zweite Generation am Markt halten, weil es vielleicht Nutzer gibt, die mit dieser anderen Bauform der dritten Generation und der Airpods Pro vielleicht eben auf Kriegsfuß stehen. Und aber diese Stäbchen, die ja nun deutlich lockerer saßen oder sitzen, eben, dass das für die eine Option ist und dass sie deshalb das vielleicht im Markt behalten. Das ist vielleicht so ein Erklärungsansatz. Oder es ist einfach das alte Apple-Phänomen, dass sie gerne nochmal eine alte Generation ein bisschen weiterlaufen lassen. Ja, keine Ahnung. Die Airpods 1 und 2, die waren ja praktisch auch noch sehr stark an den klassischen Earpods eben angelehnt. Und das heißt also, wem die alten Earpods früher halt immer gepasst haben, der ist natürlich mit diesen Airpods auch gut oder sollte mit diesen Airpods auch gut klarkommen. Und es stimmt natürlich, dass gerade die Airpods 3 da so ein bisschen komisch anders waren. Also, die sind ja immer noch so, dass sie nicht wirklich so tief ins Ohr reingehen und nicht so abschotten wie eben die Pro-Version. Aber sie bieten halt auch keine Flexibilität. Dafür hast du ja bei den Pro-Versionen, bei den Airpods Pro wenigstens diese Aufsätze, die du ändern kannst und ein bisschen anpassen kannst an die eigene Form, an die eigene Ohrmuschelform. Oder nicht, Muschel ist das nicht, glaube ich, wo man die reinschiebt, aber wird uns sicher irgendein Ohrenarzt, wird uns sicher erboste E-Mails schreiben über die Anatomie und die Anatomie des Ohres. Und da gibt es ja auch solche Aufsätze von Drittherstellern, aber eben alles nur für die Airpods Pro. Und das heißt, mit den anderen Airpods, also 1, 2 und 3 bist du halt darauf angewiesen, dass sie dir passen und sonst hast du halt wenig Chancen. Ich habe halt, also ich meine, ja, ich hatte ja vor der Sendung auch durch Zufall fast nochmal gesehen, weil mir das gar nicht mehr so bewusst war, dass die Airpods 1 jetzt ja wirklich, also acht Jahre praktisch zurückliegen. Also es ist wirklich lang her und damals waren die, ja doch, du hast ja in der Einleitung schon gesagt, das waren ja wirklich auch sensationell neue Geräte auf eine Weise. Und es gab zu dem Zeitpunkt, gab es ja praktisch, da gab es so ein paar ganz kleine Anfänge von diesen True Wireless Dingern, die halt überhaupt keine Kabel mehr haben. Und Apple ist da sehr frühzeitig in diesen praktisch nicht existenten Markt reingecrasht und hat den natürlich mehr oder weniger übernommen. Mit einem auch guten Produkt, muss man sagen. Ja, ich meine, das ist ja auch so ein Basisproblem, was vor allem die, zumindest in meiner Erinnerung halt die erste und ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen die zweite Airpods-Generation plagt, ist halt, dass der Akku nach viel Nutzung ist der nach ein, zwei Jahren sind die Akkus in den kleinen, ja, in den Hörern, die sind nicht mehr so ganz, wie man sich das vielleicht vorstellen würde und hoffen würde. Also ich weiß noch, dass ich mit den Airpods eins, dass die bei mir relativ schnell angefangen haben, massiv an Laufzeit zu verlieren und das ist natürlich das Basisproblem. Dann sind sie halt am Schluss ein Wegwerfprodukt, was halt einen kleinen Akku drin hat und die Elektronik drin hat und die landet halt sonst wo. Idealerweise entsorgt man sie halt irgendwo da, wo sie entsorgt werden sollen und nicht im Hausmüll. Aber ja, also das ist natürlich kein, das ist ein so unschöner Nebeneffekt insgesamt von dieser Art von Kopfhörern. Ja, da hast du recht und das ist etwas, was ich bei mir selber auch beobachtet habe. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt so ein Tech-Nerd bin und mir immer das neue Zeug kaufe, waren das meistens so fließende Übergänge, dass die alten anfingen zu schwächeln und in dem Moment kaufte ich neue und dann ist das nicht so schwer zum Tragen gekommen. Aber wer sich die für längere Zeit kauft, also ich hatte bei einem Paar hatte ich das Problem, dass dann irgendwie eine Seite plötzlich rauschte und auch ganz merkwürdig mal ging das weg, mal kam das wieder. Die Akkus waren auch so ein Thema. Also da gebe ich dir recht. Die Langlebigkeit ist sicherlich so ein Punkt. Und ich kann es für die AirPods Pro der zweiten Generation jetzt noch nicht sagen. Die funktionieren noch wunderbar. Aber was man schon, glaube ich, als Kinderkrankheit bezeichnen könnte, der AirPods. Aber generell ist es ja schon interessant gewesen, weil es ja für Apple-Verhältnisse ein sehr progressives Produkt war. Also das, was wir jetzt bei der Vision Pro jetzt ja in anderer Fassung gerade erleben, dass Apple vorprescht und so einen Markt eigentlich erst so richtig aufmacht. Das haben sie mit den AirPods ja auch gemacht. Und da muss man sagen, haben sie ja sehr stark am Anfang vorgelegt und haben dadurch ja auch wirklich dann diesen Markt, zumindest für ihr Ecosystem, ja auch dann im Fluge so übernommen. Und ja, jetzt haben sie so den Komfort, dass das so etabliert ist und dass die Produkte ja auch eben, sag ich mal so, immer noch zeitgemäß sind, dass sie jetzt die Entwicklungsgeschwindigkeit auch so ein bisschen rausnehmen konnten. Aber darüber sprechen wir nachher noch im Detail. Vielleicht noch so für das Protokoll. Also die AirPods der zweiten Generation, die haben noch den H1-Chip, ist klar. Ein Lightning-Case, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, um die Frage des Anschlusses. Es gibt ein kabelloses Case als Zubehör. Ja, gegen Aufpreis, versteht sich. Natürlich. Und wir haben 24 Stunden Batterielaufzeit, also Optimum natürlich. Und fünf Stunden für, was war das noch, Wiedergabe und Ladung. Ja, das ist ja relativ geblieben eigentlich diese, also sie haben es ein bisschen hochgeschraubt bei den neueren. Das sind es eher so, geht es glaube ich so richtig, sechs Stunden. Also je nachdem, es kommt ja darauf an, was man mit ihnen macht. Also telefonieren ist zum Beispiel was, was viel mehr am Akku saugt, als jetzt halt irgendwie Podcast hören zum Beispiel. Insofern muss man halt sehen, wie lange man damit durchkommt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob meine wirklich jetzt, meine AirPods Pro 2, ob die jetzt irgendwie wirklich noch über fünf Stunden Dauereinsatz durchstehen. Ich glaube, da fängt es bei denen auch schon an. Das ist dann vielleicht eher so vier bis fünf Stunden statt fünf bis sechs. Aber ja, sie sind ja, das ist ja auch eigentlich nett und das war ja auch von Anfang an so, dass sie ja durch dieses Akkukästchen ja relativ schnell auch wieder betankt sind. Also die Leerlaufzeiten sind glaube ich überschaubar, denke ich, sodass man die, wenn man es ja zwischendurch mal irgendwie in die Hülle steckt, dann sind die auch normalerweise einsatzbereit. Und das ist halt wirklich lustig, wenn man sich zurückerinnert, eben an 2016, wie viele Diskussionen das Produkt halt zum Marktstart ausgelöst hat. Also zum einen halt diese Stäbchen, die ja dann aus, also ich meine, die Stäbchen waren ja vorher auch da, es fehlte halt nur das Kabel. Die sahen ja mehr oder weniger genauso aus wie vorher. Zahnbürstenköpfe. Genau, Zahnbürstenköpfe. Riesige, absurde, teilweise auch absurde Diskussionen, teilweise auch natürlich der Neuigkeit geschuldet des Produktes. Und das war faszinierend natürlich zu beobachten und wie schnell die dann auch zu einer doch sehr starken Selbstverständlichkeit wurden. Also ich meine natürlich auch inzwischen siehst du ja sowieso, In-Ears und True Wireless In-Ears sind ja alle gegenwärtig. Ob die jetzt weiß sind und Airpods sind oder halt irgendwie Beats oder halt Marke XY einfügen. Und inzwischen haben ja auch die anderen Smartphone-Hersteller, die großen, haben ja auch praktisch alle eigene In-Ears, die sie als Accessoire zum Smartphone dazu verkaufen oder in irgendwelchen Paketen anbieten. Das hat sich einfach völlig durchgesetzt. Ich möchte sogar behaupten, dass die Airpods ein Produkt sind, das bei Apple dafür gesorgt hat und sicherlich auch bei anderen Herstellern in der Branche so ein bisschen Mut zu fassen. Dass also etwas, sage ich mal, eine vermeintlich ästhetische Beleidigung, weil einfach ungewohnt, sich ganz schnell in etwas Selbstverständliches wandelt. Und das ist ja auch so ein Thema, was wir jetzt bei der Mixed Reality als Diskussion ja auch haben. Diese Frage, wie sehe ich denn damit aus? Oder die Leute gucken komisch, wenn ich im Zug oder im Flugzeug mit so einem Ding da auf dem Kopf dann da rumsitze. Ich möchte behaupten, der Fall ist da noch ein bisschen anders gelagert, weil es ja schon ein Unterschied ist, ob der ganze Kopf abgedeckt ist oder ob man einfach jetzt nur da eben zwei Kopfhörer, zwei Ohrhörer in den Ohren hat. Aber ich finde, das speist sich schon so ein bisschen aus dieser damaligen Situation, weil das ja auch so diskutiert wurde mitunter, als wenn es ein absolutes No-Go wäre. Man kann damit ja nicht rausgehen. Wie sieht man denn aus? Es gab auch die Parodien, wo Leute dann tatsächlich von Elektrozahnbürsten diese Köpfe sich in die Ohren gesteckt haben und dann haben alle drüber gelacht. Heute versteht das keiner mehr, der sich heute solche Videos anguckt und meint, was haben die denn für einen Schaden da? Also es hat eine ganz interessante Entwicklung genommen und das eben ja auch in vergleichsweise kurzer Zeit. Diese Diskussion mit den Zahnbürsten war ja tatsächlich schon, glaube ich, nach einem oder zwei Jahren ja schon wirklich zu Ende geführt und kein Thema mehr. Ja, aber mittlerweile sind es ja auch keine Zahnbürsten mehr und damit sind wir bei, oder fortschrittlichere Zahnbürsten, keine Ahnung, wir können ja mal deutscheln, was es wirklich ist. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei der dritten Generation angelangt, die ja schon dann ja angelehnt ist an das Design, ein Stück weit der AirPods Pro, so ein bisschen das übernommen hat. Und wir haben auch den H1-Strip trotzdem drin, wir haben auch sechs Stunden oder wir haben sechs Stunden Wiedergabe pro Ladung, aber wir haben eben auch neue Funktionen wie 3D-Audio mit Head-Tracking und wir haben Lightning oder ein MagSafe-Ladecase dann im Angebot. Ja, MagSafe-Ladecase, also überhaupt, dass das Case halt auch drahtlos zu laden war und was dann ja eben als Zubehör für die AirPods 2 eben auch sich nachkaufen lässt, das hat dann auch schon nochmal einen Unterschied gemacht. Und das haben sie ja im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut, also dass die ersten diese MagSafe natürlich auf MagSafe-Netzteilen sich laden lassen, aber auch einfach auf einem Qi, irgendeinem 10-Euro Qi-Drahtlos-Ladepad lassen die sich natürlich ebenso laden. Und das Schöne, was dann erst mit den, ich glaube, ich kam tatsächlich erst mit den AirPods Pro 2 dazu, ist, dass du endlich auch die Option hast, dieses Kästchen einfach auf dem Ladegerät der Apple Watch zu laden, weil das macht's, glaube ich, hat's für viele sehr angenehm gemacht, je nachdem, was man für Kabel so in der Reisetasche halt mitnimmt. Und das spart mitunter halt auch ein bisschen das Handling. Und ich meine, ohne da gleich, oder vielleicht greifen wir gleich schon auf USB-C, auf die USB-C-Diskussion vor, weil die ist ja interessant, weil die Leute, die jetzt natürlich sowieso angefangen haben, ihr AirPods-Ladekästchen drahtlos zu laden, die sind vielleicht gar nicht mehr. Also ich zum Beispiel weiß, musste mich gerade eben, musste nochmal nachschauen, ob mein Kästchen Lightning-Anschluss oder einen USB-C-Anschluss hat, weil ich lade das nie am Kabel. Und das heißt, das war für mich gar kein, ist für mich gar kein aktives Problem, dass ich diesen, den Lightning-Anschluss noch da drin hab, weil ich schlepp eben auch kein Lightning-Kabel dann mehr mit mir rum, weil ich halt, wenn ich auf Reisen bin, einfach mit dem, mit dem Apple Watch Charger eben auch das, das AirPods Kästchen laden. Also das hat sich für mich sozusagen, diese drahtlose Option für das AirPods Kästchen hat das für mich komplett aufgelöst, dieses Problem im Alltag, welcher Anschluss da eigentlich verbaut ist. Ich muss ja gestehen, ich war kurz in Panik geraten, als ich vor einigen Monaten auf Dienstreise war und hatte, weil ich ansonsten nur noch USB-C habe, kein Lightning-Kabel mehr dabei und das AirPods-Ladecase ging dem Ende zu und ich dachte, ach du Schande, hast ja gar nicht mehr dran gedacht. Aber ja, das war auch dann, lustigerweise, zu Hause lade ich auch häufig per MagSafe, wo ich mein iPhone auch auflade, dass ich dann auch das Case auflade. Unterwegs habe ich nicht dran gedacht und stolperte dann über diesen Anschluss. Ja, also Lightning, daran macht sich aber eigentlich ja auch fest, dass das AirPods-Sortiment schon arg ins Alter gekommen ist, dass da noch wirklich so dominant Lightning vertreten ist. Und witzigerweise hat Apple auch nicht mal eben so still und heimlich das ausgetauscht. Also sie hätten ja auch so, ohne groß Aufhebens darum zu machen oder eine neue Generation rauszubringen, einfach sagen können, im Zuge der Harmonisierung mit dem restlichen Sortiment, wir verkaufen den Leuten jetzt nur noch iPhones, die USB-C haben, also ändern wir das auch beim Zubehör. Ich finde, das muss man ja gar nicht groß featuren. Witzigerweise machen sie das nicht. Ja, ich bin gespannt, wann wir da, so sag ich mal, Vollendung vermelden können, dass das ganze Line-Up der AirPods dann auf USB-C umgestellt ist. Also wir haben jetzt ja teilweise ja die ersten Geräte. Ja. Das wird sich wahrscheinlich, da kommen wir am Schluss zu, wenn wir den Blick nach vorne richten. Aber ich glaube, bei solchen Accessoires kann es halt manchmal sein, dass so eine Umstellung dauert. Genauso wie Apple halt seine eigene Peripherie noch nicht richtig auf USB-C gebracht hat. Und das sind halt einfach Geräte, die haben irgendwie dann doch längere Laufzeiten. Was bei den AirPods eigentlich erstaunlich ist, weil ich, ich meine, am Anfang hatte ich den Eindruck, dass es relativ schnell mit denen vorangegangen ist. Aber auch, wenn man sich auf die alten Zeiten sich anschaut, wie lange die auf dem Markt waren, die Produkte, dann war das gar nicht schnell. Also die AirPods 1 zum Beispiel haben offensichtlich, sind ja nicht wirklich drei Jahre, weil es halt im Herbst kam und dann kamen im Frühjahr 2019, sehe ich gerade, kamen dann die AirPods 2. Aber es waren trotzdem zweieinhalb Jahre praktisch, was sozusagen, wenn man die Schnelligkeit dieses jährlichen iPhone-Wechsels halt bedenkt, dann sind in der Zeit waren halt schon zwei iPhone-Generationen weiter und dann irgendwann hinterher kamen dann plötzlich auch mal neue AirPods. Also dann malen auch Apples Mühlen malen bei solchen Produkten auch deutlich langsamer. Was vielleicht auch nicht so verkehrt ist, muss man sagen, auf der einen Seite. Aber dann auf der anderen Seite halt irritieren kann, wenn man diesen sehr schnellen Wechsel ansonsten gewohnt ist. Ja, wobei vielleicht die Frage ist, ob das jetzt, ob wir vielleicht zu isoliert auf die AirPods gucken. Also wie Apples Ressourcen da eigentlich verteilt werden. Wir sehen ja bei den Keynotes häufig jetzt dann, dass sie so ein Audio-Department doch haben, was ja dann auch mal dann die Updates in den jeweiligen Bereichen vorstellt. Und wenn man deren Produkte mal anguckt, ist ja der Reigen viel größer. Da sehen wir die AirPods, da sehen wir auch die HomePods, die ja auch eine Entwicklung genommen haben in der Zwischenzeit. Und es reicht ja auch bis zur Vision Pro, die ja auch ein Sound-System integriert hat und wo sicherlich auch dann Apples Audio-Experten, die von den AirPods, die die AirPods entwickeln, dort involviert sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch dadurch diese merkwürdig erscheinenden Intervalle entstehen, dass Apple einfach den Fokus, nachdem sie anfangs ja fast nur sich auf die AirPods konzentriert haben, dass dieser Fokus halt jetzt immer weiter reicht über die Produkte. Und vielleicht reicht es dann sogar auch auf die anderen Hardware-Geräte, wo sie ja auch ja immer sehr stark damit geworben haben, dass sie dann eben sehr innovative Mikrofon- und Audiosysteme da integriert haben. Also dass auch da das Know-how aus der ganzen Audio-Abteilung eingeflossen ist, was da wiederum fehlte oder was heißt fehlte, aber wo die Prioritäten einfach anders gesetzt wurden, dass sie gesagt haben, jetzt wollen wir das weiterentwickeln und die AirPods, die laufen dann halt parallel weiter. Da nehmen wir ein bisschen das Tempo raus. Ja, das ist faszinierend zu beobachten, wie sehr sich solche Produkte dann natürlich auch gegenseitig befruchten. Und das, was Apple audiomäßig halt bei den AirPods und dann vor allem mit 3D-Audio letztlich gelernt hat, wie du halt räumlichen Sound kreierst, der halt nicht wirklich räumlich ist, sondern sich einfach nur so anhört, das ist natürlich was, was sie da schon absolut mitgenommen haben. Wir haben da bei unserer letzten Sendung, wir haben so viele Aspekte von der Vision Pro gehabt in der letzten Sendung, dass wir auf den Audio-Bereich gar nicht groß eingegangen sind, weil es ist ja relativ faszinierend, was sie mit diesen kleinen Dingern, die da in den Bändern von der Vision Pro, in den Kopfbändern integriert sind, was sie da an Sound eigentlich rausholen. Und du hast natürlich immer die Option, ja dann trotzdem auch deine AirPods natürlich auch mit der Vision Pro in Kombination zu benutzen. Und das ist natürlich alles sehr clever. Also die AirPods sind ja insgesamt so, dass sie natürlich auf der einen Seite so aufgestellt sind, dass du sie eben mit Android als normale oder mit einem anderen Betriebssystem als normale Bluetooth-Geräte koppeln kannst, aber sie natürlich mit Apples Ökosystem halt ihre komplette Macht ausspielen. Und damit natürlich auch, ja das war ja auch damals eine Diskussion und ist natürlich heute schon wieder zurückgekommen, die Diskussion, ja Apple baut sozusagen so eine Festung auf, die halt dich mehr im iPhone hält, dass du ja bloß nicht irgendwie vom iPhone zu irgendeinem anderen Gerät wechselst, weil du halt dieses ganze Zubehör drumherum hast, was halt optimal mit dem Gerät funktioniert und darauf abgestimmt ist und Sonderfunktionen bietet. Und das ist ja auch was, was ihnen jetzt sozusagen von regulierer Seite halt so ein bisschen auf die Füße fällt oder zumindest vorgeworfen wird und halt auch diese komische Frage im Raum schweben lässt, so, ja aber wenn Apple irgendwie seine eigene Hardware nicht mehr verzahnen darf, weil das irgendwie dann wettbewerbsfeindlich ist, wo landen wir dann halt? Also ich meine all die Vorteile, die halt diese Verknüpfung ja offensichtlich bietet, auch für den Kunden, wenn die halt praktisch grundsätzlich in Frage gestellt wird von der Regulierungsseite, von regulierer Seite, dann ist das vielleicht auch schwierig jetzt, wie Apple dann nach vorne geht mit solchen Produkten. Ja, wobei das Ziel darf ja nicht sein, dass Apple sich nicht mehr verzahnen darf. Das Ziel dürfte ja allenfalls sein, dass anderen es auch erlaubt ist, sich da zu verzahnen. Und da muss man ja sagen, dass Apple ja gerade bei den Airpods ja auch einen sehr privilegierten Zugang eben zu den Geräten da geschaffen hat. Kein anderer kann ja eben dieses, allein dieses Ersterlebnis, du packst sie aus, du klappst das Ladecase auf, dann kommt da eine süße Animation, du drückst einen Knopf, sie sind verbunden und fortan läuft das Ganze magisch. Diese Magie basiert aber auch darauf, dass Apple das ins System verankert hat und diese Schnittstellen gleichwertiger Mitbewerber nicht zur Verfügung stellt. Und die könnten das ja nicht auch tun. Das ist ja lustig, weil das ist ein gutes Beispiel, dass sie ja genau das jetzt machen mit iOS 18, dieses einfache Pairing. Und da siehst du auch, wie lange das gedauert hat. Also es ist vielleicht nicht 100, wir sehen dann, wie es in der Umsetzung... Es ist nicht gleichwertig. Ja, also schauen wir mal, wie sehr sie es jetzt angelegt haben, dass es zumindest das Basis-Pairing halt einfacher ist, dass du halt ein fremdes Gerät praktisch ans iPhone hältst und dann kriegst du halt diesen kleinen Dialog, so hey, willst du dieses neue Gerät koppeln? Also so ein bisschen Elemente davon haben sie da für iOS 18 zumindest in Aussicht gestellt, wie weit es dann natürlich geht. Und die Airpods werden dann natürlich immer noch ihr eigenes Ding machen können. Und Apple hat natürlich auch seinen eigenen Chip dafür entwickelt, der da irgendwie spezielle natürlich Funkt und Sonderfunktionen bietet, mit denen andere wahrscheinlich nicht so einfach da mitziehen können. Aber da sieht man eben auch, wie lange das gedauert hat. Weil ich meine eben 2016 erste Airpods und diese Schnittstelle, die jetzt irgendwie ein Teil vom zumindest, sagen wir mal, einigen wir uns auf einen Teil davon irgendwie zumindest mal für andere öffnet, dann ist halt jetzt acht Jahre später. Und nachdem irgendwie schon die EU auf Apple haut und in den USA die Kartellklage läuft und all der Kram halt an Diskussionen rund um Regulierung entstanden ist. Ja, und ich glaube auch aus Sicht von Apple ist es auch ein schlauer und längst überfälliger Move, eben auch dann Dritthersteller ein Stück weit besser ins System zu integrieren. Ganz einfach, weil es ja auch die Marke iPhone selber stärkt. Also nicht jeder geht diesen Weg mit den Airpods mit. Und wenn Apple das aber andere so krass ausschließt, dann ist es ja eher ein Grund, dann auch in ein anderes Ecosystem zu wechseln. Also am Ende sorgt das ja auch für Kundenbindung, wenn ich auch die Drittkopfhörer mit meinem iPhone vernünftig verbinden kann oder halbwegs komfortabel. Deshalb glaube ich, ist das ein fein abgestimmter, weil eben die Airpods immer noch begünstigt sind, aber ein überfälliger und auch aus Apple-Sicht glaube ich wahrscheinlich im Endeffekt schlauer Move, den sie da einfach gehen. Aber ja, es ist immer noch, finde ich, recht weit entfernt. Zumindest wenn man jetzt, man muss es nachher in der Realität sich mal angucken, aber die Developer-Dokumentation lässt er eher an, dass es dann in den Apps der Dritthersteller selber stattfinden muss, weiterhin das Pairing vor allem. Und ja, es ist ein Schritt nach vorne, sagen wir mal so. Es macht das Ganze ein bisschen angenehmer, als es jetzt ist, wenn man über Bluetooth und manchmal mit so, was weiß ich, für Umwegen das Ganze herstellen muss. Ja, jetzt sind wir bei den Airpods der dritten Generation schon in den Feinheiten der Software eingetaucht. Jetzt kommen die Airpods so bei unserem Blick aufs Line-Up, die für mich eigentlich diejenigen sind, auf die ich am allerwenigsten verzichten müsste. Also wenn man mir sagen würde, hier hast du jetzt vier Airpods-Modelle, auf welche würdest du definitiv nicht verzichten wollen, dann sind es die Airpods Pro mittlerweile in der zweiten Generation. Da haben wir dann auch den neueren H2-Chip eingebaut. Wir haben so Funktionen wie adaptives Audio, wir haben Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, Konversationserkennung, 3D-Audio mit Headtracking. Wir haben ein MagSafe-Ladecase mit USB-C, mit einem kleinen Lautsprecher sogar eingebaut, damit man das wiederfinden kann. Und eine exklusive Tragewandschlaufe. Ja, weiß nicht. Irgendjemand wird sich darüber sehr gefreut haben, vermute ich. Ich kenne da jemanden. Ja, und wir sind aber, was die Wiedergabe pro Ladung angeht, immer noch bei sechs Stunden. Also dort hat sich das nicht erhöht. Ja, der Preis 279 Euro, wenn man sie momentan bei Apple neu kauft. Man sieht an der Feature-Liste, die du gerade so schön vorgetragen hast, auch wo Apples Fokus liegt. Also die Airpods Pro und natürlich jetzt die aktuellen, also die Airpods, die 1er Airpods Pro, die sind ja wirklich, die sind auch einfach verschwunden. Also die hat Apple nicht weiter angeboten, sondern es kamen einfach Airpods Pro 2, die haben die abgelöst. Da kam das Komische, dass die Airpods Pro 2 ja auch zuerst mit einem Lightning Case kamen und dann sozusagen mitten im Produktzyklus nochmal diese neuere Komponente bekommen haben, dass sie jetzt dann mit einem USB-C Case ausgeliefert werden und halt diese latenzfreiere Anbindung mit Lossless Audio an der Vision Pro bieten, was ja wirklich nur diese USB-C Variante kann, was lustig und für Kunden, glaube ich, sehr verwirrend ist auf der anderen Seite auch. Also ich hoffe, dass da irgendwie keiner reinrennt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ehrlich gesagt keinen ernsthaften Unterschied hören oder erkennen konnte zwischen Airpods Pro 2 mit Lightning-Anschluss an der Vision Pro und Airpods Pro 2 mit USB-C-Anschluss an der Vision Pro. Aber ich bin auch kein Audiospezialist und meine Ohren sind ein eigenes Thema. Aber ich, also ich habe von der Latenz her und von dem normalen Klang, wenn du halt irgendwie die einfach zum Filme schauen oder irgendwas in der Vision Pro benutzt, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Aber insgesamt ist halt, der Funktionsreichtum ist halt einfach sehr groß bei den Airpods Pro durch natürlich die aktive Geräuschunterdrückung, die halt diese ganzen verschiedenen Modi letztlich ja auch die Grundlage dafür bietet, dass du halt entweder mehr Geräusche reinlässt oder rauslässt oder die Außenwelt. Das läuft ja alles über praktisch verschiedene Mikrofone. Du kriegst ja die Außenwelt nicht wirklich durchgestellt, sondern die wird halt über das Außenmikrofon nach innen geleitet und innen gibt es irgendwie auch ein Mikrofon, was halt schaut, wie laut alles ankommt. Und das ist ein lustig komplexes System und da sind natürlich auch, und das sieht man jetzt auch mit iOS 18 bald wieder, auch die neuen Funktionen sind halt oft tatsächlich spezifisch an die Airpods Pro geknüpft oder sogar spezifisch jetzt an die Airpods Pro 2 geknüpft. Das heißt also, wer wirklich irgendwie das komplette Funktionsspektrum möchte und ausschöpfen möchte, der kommt letztlich nicht an den Airpods Pro 2, zwei spezifisch halt an den aktuellen, wirklich an den neuesten halt vorbei. Die sind einfach die einzigen, die sozusagen wirklich altes Komplettpaket bieten. Ja, ich finde, Apple macht das ja sehr elegant, wie sie diese Airpods Pro ja so herausstellen. Du hast es gerade gesagt, die Feature-Liste ist wahnsinnig länger, wenn man diese technischen Spezifikationen nebeneinander legt. Auf der Apple-Website sieht man auch gleich, da sind dann tausend Haken dran und bei den anderen sind leere Felder. Also die Vorteile liegen auf der Hand, aber der Punkt ist auch der, und das finde ich auch faszinierend, das hat Apple auch ein wenig zur Tradition gemacht, dass sie diese Geräte verkaufen und dann nachträglich aufwerten mit Features, die sie dann per Software-Update ausrollen. Das haben wir bei den Airpods Pro ja mehrfach gesehen und das ist natürlich auch so, für die Käufer hat das so einen psychologischen Wert, dass sie irgendwie so ein Gerät haben und besitzen das schon ein Jahr und plötzlich hat es dann irgendwie ein Feature mehr. Das nimmt man natürlich gerne an, weil man es ja auch bei solchen, sagen wir mal eher so reinen Hardware-Geräten, die jetzt ja nicht so interaktiv sind wie ein Smartphone zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass sie nachträglich dann so aufgewertet werden. Wäre so, als wenn du dir eine Kaffeemaschine kaufst, einen Vollautomat und plötzlich kann der eine ganz neue Sorte, die er vorher nicht konnte. Da wirst du natürlich dann auch etwas überrascht und aber natürlich positiv überrascht, dass dein Invest sich nachträglich dann nochmal erhöht hat. Das machen sie natürlich sehr klug. Ich meine, man könnte ja auch sagen, warum bieten sie die Funktion nicht von vornherein alle an? Das ist ja eben am Ende auch sehr stark Verkaufspsychologie, dass man das dann auch so timet und dann die Potenziale einbaut, aber später erschöpft. Ja, und teilweise knüpfen sie es ja auch immer an die Betriebssysteme. Dann kriegst du es halt wirklich, das ist halt wirklich als Gesamtpaket dann gesehen, dass du halt dann das neueste System halt installieren musst und dann kriegst du auch die, dann kommt irgendwie mehr oder weniger zeitgleich halt neue Firmware für die Airpods, die dann das Ganze wieder funktional praktisch anpasst und halt die neuen Funktionen dann freischaltet und einführt. Also das ist jetzt im Herbst, das ist ja nicht so super spektakulär, was da jetzt mit iOS 18 auf uns zukommt. Es ist ja so eine kleine, diese kleine Idee. Sie hatten da so ein nettes Werbevideo. Ich bin mal gespannt, wie sehr das in den Alltag, wie nützlich das im Alltag ist, diese Idee, dass du praktisch mit, Siri fragt dich ja manchmal über die Airpods, soll ich dir irgendwas vorlesen? Willst du den Anruf annehmen? Und stellt praktisch Fragen, die man halt mit Ja oder Nein beantwortet. Und dann ist die Idee gewesen, jetzt einfach zu sagen, du musst halt nicht Ja oder Nein laut sagen, sondern du schüttelst halt einfach, entweder du schüttelst den Kopf oder du nickst mit dem Kopf, um halt diesen Befehl an Siri zu geben, um das halt auch in der Öffentlichkeit, weil ich meine, ja, sie hatten da dieses lustige Video, dass halt einer in einem vollgepackten Aufzug steht und dann halt nicht Nein sagen möchte, um den Anruf abzulehnen, sondern halt einfach so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt. Also lustige Idee, ich bin neugierig, wie zuverlässig das funktioniert, weil ich habe jetzt die Beta auf den Airpods zum Beispiel noch nicht installiert. Ich installiere sonst immer sehr bereitwillig Betas, aber auf meinen Airpods läuft die noch nicht. Und das sind halt so kleine Detailverbesserungen, die unter Umständen halt tatsächlich viel ändern, weil wenn man das jeden Tag benutzt und sich jeden Tag darüber freut, dass man nicht mehr Ja und Nein laut in den Raum sagen muss, sondern halt einfach ein bisschen dezent mit dem Kopf wackelt, ist das eine schöne Sache, glaube ich. Wir werden das messen können, ob das Feature dann auch überall ankommt, wenn lauter Leute durch die Handlaufen, die nicken und du den Kopf schüttelst. Die nickenden Leute gibt es ja sowieso, wenn du die mit Airpods, die so vor sich hin im Rhythmus nicken. Insofern schauen wir mal, wie das alles sich einander beeinflusst. Und Sie haben noch eine zweite Funktion angekündigt, die auch interessant und auch ein bisschen irritierend war teilweise für Nutzer, weil sich Leute die Frage gestellt haben, gibt es das nicht eigentlich schon? Und das ist dieses Konzept der Stimmisolierung. Und es ist in der Tat so, dass das ja auf dem iPhone schon präsent ist. Also man kann das ja über das Kontrollzentrum bei Anrufen oder Videocalls halt dazuschalten als eine Option, die eben noch spezifischer Hintergrundgeräusche rausfiltern soll. Und praktisch das Audio komplett auf deine Stimme drimmt, die du an das Gegenüber schickst. Und so, dass halt eben dein Gegenüber bei dem Telefonat halt wirklich nur Stimme hört. Und wenn da im Hintergrund irgendwie der sonst was passiert, dann halt das einfach ausgeblendet wird. Und das funktioniert irgendwie schon auch im Zusammenspiel mit den Airpods. Aber ich glaube, das kennt jeder, der zum Beispiel mal versucht hat, mit Airpods auf dem Fahrrad oder sowas oder bei Wind zu telefonieren, das ist ein aussichtsloses Unterfangen. Also auch wenn du irgendwo entlangläufst und es halt windig ist, dann ist das Mikrofon von den Airpods sehr stark beeinträchtigt. Und ich bin auch hier sehr neugierig, ob sie tatsächlich geschafft haben, diese Stimmisolierung so zu perfektionieren, dass die in der Lage ist, dass eben diese Windgeräusche und Hintergrundgeräusche beim Telefonieren oder bei einem Call auch mit den Airpods tatsächlich zuverlässig ausgebügelt wird. Weil das war jetzt ein kleiner, das war ein Minus bis jetzt bei den Airpods. Also ich meine, das Problem haben andere, andere Headsets ähnlich und auch, aber es ist halt was, wenn sie es schaffen, dass wirklich diese Hintergrundgeräusche auch mit den Airpods unterwegs auszublenden, schon ziemlich, also für Leute, die halt viel telefonieren oder irgendwie Calls unterwegs machen, ist das schon, wäre das ein deutlicher Schritt nach vorne. Also da steht uns noch was ins Haus. Lass uns noch kurz den Reigen des Lineups vollenden. Jetzt hatten wir gerade das gelebte Flaggschiff, möchte ich sagen. Jetzt kommen wir zu dem preislichen Flaggschiff in Apples Lineup. Ein, ja wie ich finde, recht diskussionswürdiges Produkt, weil es eigentlich die merkwürdigsten Airpods sind, also in jeder Hinsicht, so wie sie eingeführt worden sind, wo sie stehen und wie es möglicherweise mit ihnen weitergehen könnte. Es geht um die Airpods Max. Die haben noch den H1-Chip, den dafür aber auf jeder Seite. Gut. Also auch H2 in der Sammel. Ja, wenn man es zusammen addiert. Es funktioniert so, ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit den Chips, aber gut. Ist mal eine These. Ja. Sie haben Active Noise Cancelling und den Transparenzmodus. Sie haben 3D-Audio mit Head Tracking. Sie haben ein besonderes Behältnis, über das wir noch mal im Detail sprechen müssen. Und sie schaffen 20 Stunden Wiedergabe pro Ladung. Sie haben natürlich jetzt keinen Ladecase in dem Sinne, deshalb ist dann halt, ist die Wiedergabezeit pro Ladung länger. Sie kosten immer noch satte 579 Euro, wenn man sie jetzt bei Apple kauft, was ja schon wirklich ein krasser Preis ist. Vor allem, wenn man ja bedenkt, da steckt ja auch noch Lightning drin als Anschluss. Ja, lass uns mal bei den Anfängen von den Airpods Max irgendwie beginnen. Und das war ja auch schon ein sehr merkwürdiger Marktstart, oder? Ja, also da war viel, viel skurril bei den Airpods Max, weil ich meine, die kamen ja auch, ich habe auch gerade, musste auch noch mal nachschauen, die kamen im Dezember 2020 hinterher. Und die, ich weiß gar nicht mehr, bis die dann wirklich mal verfügbar waren. Das hat sich, glaube ich, auch alles hingezogen damals. Das war bei Airpods aber schon öfters so, bei der Neueinführung, dass es irgendwie immer gedauert hat, bis die dann mal tatsächlich erhältlich waren in breiter Form. Ich meine, das wäre bei den Airpods Max auch so gewesen. Und die haben natürlich durch den Preis auf der einen Seite eine Menge an Diskussionen ausgelöst. Und wahrscheinlich auch, ja, also ich meine, der Audiomarkt ist ein skurriler Markt, auch was Preise angeht, glaube ich. Und ich glaube, da ist auch immer sehr viel nach oben offen. Also da kann man auch argumentieren, diese 500 Euro plus minus. Also im Handel sind die Airpods Max ja auch. Also dass die mal unter 500 Euro sinken, da muss man, glaube ich, schon sehr genau irgendwie einen Deal erwischen. Also die haben sich preislich tatsächlich, bleiben sehr weit oben eingepegelt. Und, aber der Audiomarkt, ja, der gibt ja irgendwie alles her, bis hin zu goldenen Kabeln und ist preislich irgendwie bis sonst wohin offen. Insofern sind sie für Apple-Verhältnisse vielleicht gar nicht so übertrieben gewesen. Und ich kenne auch Leute, die einfach nach wie vor sehr, sehr begeistert davon sind. Also ich, für mich waren Over-Ears nie sonderlich reizvoll. Aber wenn du halt wirklich einen richtigen Sound halt haben möchtest und dich auch dieses ja doch sehr spürbare Gewicht der Airpods Max auch nicht stört beim längeren Tragen, dann hast du natürlich eine Form von Sound, die du, glaube ich, mit den kleinen In-Ears in der Form nicht ganz gewuppt bekommst. Nenn mich dekadent, aber es sind tatsächlich meine Winter-Airpods. Das rechtfertigt den Preis doch gleich viel besser, weil da hast du ja noch mehr abgedeckt. Also im Sommer trage ich sie wirklich sehr selten, weil eben durch dieses Abgedecktsein und dann die Wärmentwicklung, die du da drunter hast, da empfinde ich die Airpods Pro als deutlich legerer und angenehmer. Im Winter tatsächlich nutze ich aber die Max sehr viel und ich muss auch sagen, es ist auch erfrischend und wohltuend einfach so klanglich. Also sie sind ja doch, der Bass, es ist alles druckvoller und so. Das ist schon so, ja, das ist nochmal eine Klasse besser, kann man sagen. Aber man erkauft sich dann diese Klasse besser, aber auch dadurch, dass es dann eben ja eben auch ein ganz anders zu tragendes Produkt ist oder eben auch, sagen wir mal, die Mobilität ist nicht in dem Maße gegeben, sie machen ja jedes Gepäck schwerer und brauchen Platz und solche Sachen. Deshalb, ich finde sowieso, die sind ja, die tragen zwar den Namen Airpods, aber sind ja eigentlich in diesem Line-Up ein totaler Außenseiter, weil sie eigentlich überhaupt nichts Airpods-artiges an sich haben, außer dass sie diesen Komfort-Level mit der Integration in der Software gleichermaßen mieten. Ja, ja, also sie fallen in jeder Hinsicht, fallen sie ganz komisch aus der Reihe raus. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt clever gewesen wäre, von Apples Seite dann eigene Namen oder die hätten, dann hätten sie ja praktisch eine eigene Produktreihe aufmachen müssen, neu nochmal. Das war offensichtlich auch nicht das Ziel und wäre wahrscheinlich auch komisch gewesen, weil wir haben ja jetzt auch gesehen, dass die halt auf den Markt kamen und seitdem ist halt einfach nichts mehr passiert. Und das ist jetzt wirklich ja bald auch dann vier Jahre her, in denen ja letztlich wirklich, also nichts mit denen passiert ist, gar nichts. Also Lightning hast du schon erwähnt und also noch nicht mal diese Idee, ja, vielleicht bringen sie halt nach zwei Jahren mal neue Farben für die Polster. Also noch nicht mal sozusagen solche Variationen sind passiert, sondern es ist einfach gar nichts passiert. Und auch an diesem, dann kommen wir vielleicht doch nochmal zu diesem Smart Case. Es liegt ja wirklich also in einem absurden, absurden, man kann es nicht anders bezeichnen. Ich weiß nicht, benutzt du die oder parkst du dann deine Macs da auch mal in dieser Hülle? Oder der Airpods-Büstenhalter natürlich. Also es ist echt ein sehr seltsames Produkt als Case, muss man sagen. Ja, ja, es ist irgendwie sinnbefreit. Also das Einzige ist, es hält halt so ein bisschen in Form, wenn du sie trägst. So, dass sie nicht so, dass die Kopfhörer oder die Enden dann halt nicht so rumbaumeln und gegeneinander dongen. Da sorgen sie ja so ein bisschen dafür, dass das fixiert wird. Aber der Schutz des Gerätes an sich ist ja wirklich, ich möchte mal sagen, rudimentär. Und ja, es ist irgendwie ein merkwürdiges Case. Es wundert mich auch, dass Apple nicht irgendwie so als weiteres Zubehör nochmal was anderes gebracht hat. Ich meine jetzt bei der Vision Pro sehen wir es ja auch, dass sie da so ein eigenes Case herausgebracht haben. Etwas Ähnliches wäre ja auch denkbar gewesen für die Airpods Max. Aber in der Tat, sie haben einfach so nach diesem Marktstart, haben sie die laufen lassen. Sie sind halt da. Man sieht sie auch mal wieder. Es ist auch jetzt nicht so, dass das ein Gerät ist, was glücklos ist, sondern ich sehe sie sehr wohl im Alltag auch durchaus. Aber es passiert halt überhaupt nichts. Und die Frage ist halt so, ja, was muss passieren? Was kann der Auslöser sein, dass Apple sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Airpods Max 2 auf den Markt zu bringen. Und vor allem, je länger sie damit warten, desto höher werden ja auch die Erwartungen. Also auch das Erwartungsmanagement finde ich da ein Stück weit schwierig, wenn nach so vielen Jahren jetzt dann irgendwie nur ein Update kommt namens Max 2, was einen USB-C-Anschluss hat und ansonsten den H2, den man nicht merkt und hier eine andere Farbe. Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich dann schon eine recht enttäuschende Variation. Und vor allem da müssen wir ja eigentlich, muss Apple ja auch irgendwie in den Loslass-Bereich reingehen. Ich meine, mal die Diskussion, wie sinnvoll dann Loslass-Audio am Schluss ist, dahingestellt. Aber es ist halt jetzt skurril, dass die Situation entstanden ist, dass halt die Airpods Pro zum Beispiel, dass eben in Kombination mit der Vision Pro dir diese Loslass-Optionen bieten, die Airpods Max, ich meine, die willst du nicht über die Vision Pro auch noch anziehen. Also ich meine, das haben Leute auch schon ausprobiert. Das ist natürlich wirklich absurd, weil dann hast du zwei sehr schwere Objekte auf deinem Kopf sitzen. Aber trotzdem natürlich, also dass Loslass-Audio halt keine Option für diese Form von Kopfhörer, von Over-Ear-Kopfhörer ist, ist halt natürlich schon schade und irgendwie auch dann so ein verschenktes Element in dem Ganzen. Weil ich denke, gerade die Leute, die bereit sind, halt auch irgendwie in diese Preisregion zu gehen und dafür das Geld auch auszugeben, die wollen dann auch wirklich das Maximum natürlich irgendwie an Audio aus diesen Kopfhörern auch rausholen. Der Name lässt es ja eigentlich erahnen und es war ja auch am Anfang stark spekuliert worden, als Apple dann auch sein, bei Apple Music alles auch oder weitgehend auf Loslass dann ihr umgestellt hat und hochqualitative Versionen dann von der Musik hochgeladen hat, dass eben davon ausgegangen wurde, dass dann die Airpods Max eine Fortschreibung finden und das dann eben ein Feature ist, was ja so wunderbar auch zum Namen passt. Aber witzigerweise, das hat irgendwie noch keine richtigen Konsequenzen gezeigt, außer jetzt in Verbindung mit den Airpods Pro und dem USB-C Case dann halt. Ja, sehr merkwürdig. Also schauen wir mal, wie das weitergeht mit den Macs. Gab ja auch immer mal Spekulationen, dass dann irgendwie die nächste Fortschreibung in den Startlöchern steckt, aber in letzter Zeit ist es jetzt auch wieder ruhig geworden darum. Also kann man eigentlich keine Prognose zur Zeit abgeben. Jetzt haben wir, denke ich mal, auch viele Vorteile aufgezählt von den Airpods. Wir wollen natürlich auch nicht die Punkte verschweigen, die oder Spezifika verschweigen, die vielleicht teilweise kritikwürdig sind, teilweise eben aber auch einfach noch generell eben zu nennen sind im Zusammenhang mit den Airpods. Ein Punkt ist ja die Frage, wie finde ich sie denn wieder? Ja, die, ich weiß gar nicht mehr, wann sie das zum ersten Mal gemacht haben, aber dieses Konzept der AirTags oder überhaupt diese Idee, dass halt ein Gerät so kleine Bluetooth-Signale aussendet, so hier bin ich und andere Geräte in der Umgebung das halt aufgreifen können. Das hatten sie, glaube ich, das hatten sie schon bei Max und bei Max auch schon relativ früh eingeführt, bevor dann auch die AirTags kamen und da kamen am Anfang, glaube ich, auch die Airpods schon dazu, sodass die halt eben auch in diese, in diese Wo-ist-Welt von Apple, also Find My, in diesen Dienst eingebunden wurden und dann sich natürlich aber eben nur sehr begrenzt finden ließen, wenn sie halt wirklich in der Situation waren, dass sie dieses Bluetooth-Signal auch ausgesendet haben. Also man hat die eigentlich nur relativ selten gefunden in Wo-ist, muss man sagen. Die müssten dann eigentlich gerade so mit dem iPhone auch aktiv verbunden sein und das ist in den letzten Jahren viel, 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 viel besser geworden und gerade bei den Airpods Pro 2 jetzt, wo sie dann eben das Case auch nicht nur diese schicke Handschläufchen-Vorlage da reingebaut haben, sondern eben auch einen Lautsprecher und du eben auch das Case selbst orten kannst, weil auch das war bei den alten Airpods, bei den früheren Airpods ja nicht möglich, sondern die setzten darauf, dass die Airpods praktisch mit dem iPhone verbunden sind und dann halt hin und her funken und dann kann man den Standort feststellen und das neue Airpods oder das letzte Airpods Case von den Airpods Pro, das ist halt so eigenständig, dass das für sich funktioniert und für sich auch funkt und eben für sich auch piept, wenn du es dann anpinkst und das heißt, du hast jetzt tatsächlich zum ersten Mal die Situation, dass du zumindest mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit dieses Airpods tatsächlich wieder findest oder weil du das Case halt auch orten kannst oder auch das, meine Leute verlegen ja auch manchmal das Case und lassen aber ihre Öhrer wissen, wo die Hörer sind und verlieren sozusagen nur ein Element oder verlieren, das ist übrigens auch ein Problempunkt von Airpods und ein, glaube ich, immer ein Massenproblem, der eine verlorene Airpod, der halt nicht mehr auftauchen will und für den Apple ja durchaus, also ich meine, ein Airpod kostet ungefähr oft halb so viel wie einfach komplett Airpods neu zu kaufen und das je nachdem, wie alt oder neu die sind, ist das eine sehr blöde Situation, weil ich glaube, da geraten dann viele auch rein und das führt dazu, dass dann halt einfach der Rest praktisch dann auch wieder auf den Müll landet und einfach halt neue Airpods komplett gekauft werden. ist eine unschöne Situation insgesamt, auch was sozusagen diese Umweltkomponente des Produkts angeht. Ja, es ist sehr klein und so weiter, aber es ist trotzdem, es sind halt Akkus, die irgendwo auf einer Müllhalde landen und wir können uns in Apples Dimensionen schon vorstellen, wie viele Millionen und Millionen und Millionen von diesen Airpods verkauft wurden. Also ich meine, das ist ja auch ein Produkt, was in jeder Hinsicht ein Hit war und immer noch ist. Also wäre schön, wenn da Apple irgendwie eine bessere Lösung finden würde, was diese Seite von den Airpods angeht. Also ich denke, da sollten sie, ich hoffe, dass da irgendjemand sich bei Apple als Teil dieses Teams auch darüber nochmal mehr und mehr Gedanken macht, was die Umweltseite angeht von den Airpods. Gibt auch extra ein Team bei Apple, was sich da mal tiefgründig Gedanken darüber macht. Vielleicht kommt das ja nochmal. Vielleicht klopfen die mal bei den Airpods. Genau. Müssen wir eure Strategie überdenken. Ja, der nächste Punkt, den haben wir ja schon eigentlich festgestellt, die Airpods Pro 2, die erhalten die meisten Updates. Der Umkehrschluss ist ja so die Frage, so mit Blick auf die anderen Airpods, ist das nicht eigentlich eine etwas ärgerliche Situation, dass sich das so manifestiert hat? Schon. Also das ist, glaube ich, was man beim Kauf dann schon mit bedenken muss, dass man gerade bei den in Anführungszeichen Einstiegsmodellen nicht nur weniger Funktionen kauft, sondern auch langfristig weniger Funktionen erhält. Ich weiß gar nicht mehr, also ich kriege aus dem Kopf jetzt zum Beispiel nichts zu, irgendwie nochmal, kann mir gerade nicht greifen, ob die Airpods 3 auch irgendeine Form von Funktionalität im Laufe ihres ja inzwischen auch schon ein bisschen längeren Lebens- und Produktzyklus nochmal bekommen hätten. Weil es ist wirklich der Punkt, also es kann sein, dass das Anruf annehmen und ablehnen, was mit iOS 17 kam, dass das auch bei den Airpods 3 gelandet ist. Also da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Da möge man mir E-Mails schreiben und mich gerne korrigieren. Und trotzdem, also ich meine, aber es ist glaube ich klar, dass der Großteil ist einfach Airpods Pro 2 und die kriegen einfach die Funktionalität oder vielleicht sogar auch Airpods Pro insgesamt, aber eben nicht alles, was unter Pro ist. Also ich, es ist schon so, also wenn jemand mich fragt, welche Airpods soll ich kaufen, ist meine Empfehlung eigentlich immer Pro zu kaufen. Das ist glaube ich sehr einfach und das Einzige, was man mit sich und seinen eigenen Ohren ausmachen muss, ist halt, ob man mit diesen, mit diesem Pfropfen und dieser sehr abgeschlossenen, ähm, mit dieser sehr abgeschlossenen Hörwelt zurechtkommt. Weil ich hatte tatsächlich Probleme, als ich bei, als die Airpods Pro damals neu kam, die erste Generation, äh, war der Umstieg von den alten Airpods mit ihrem sehr offenen System zu diesen Pfropfen-Systemen, was halt doch sehr tief im Hörkanal steckt, ähm, war für mich ungewohnt und nicht so, dass ich das irgendwie bevorzugt hätte. Also ich trage die, weil sozusagen die insgesamt mehr Funktionalität bieten und natürlich auch der Sound ein besserer ist und halt du die Geräuschunterdrückung und all die anderen Sachen hast. Aber wenn ich wählen würde, würde ich mir eigentlich lieber welche ohne diese Pfropfen ins Ohr schieben. Ich finde, sie sind aber dabei noch recht dezent. Also wenn ich das vergleiche mit anderen In-Ears, die, die sind schon sehr, sehr intrusiv oder wie man das nennen soll. Also das, dagegen sind die Airpods Pro eigentlich noch ziemlich sanfte Vertreter. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem, mit dem Tragegefühl und, und den individuellen Vorlieben, die es da ja eben gibt. Und es hat sich eben ja gezeigt, dass eben gerade jetzt so Kopfhörer oder In-Ears sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Ich meine, auch da hat Apple ja erst Erfahrungen gesammelt, die sie ja später bei anderen Dingen auch sammeln, nämlich das Wearables. Wenn die Technik den Menschen näher auf den Leib rückt, desto größer werden auch die Unterschiede in der Wahrnehmung und die Anpassungsprobleme. Also ein Smartphone, da scheiden sich ja vielleicht noch die Geister darin, ob sie noch in die Hosentasche passt oder ob die Hand groß genug ist, um dann noch mit einer Handbedienung zu erarbeiten. Dann hört es aber auch schon auf so mit diesen sehr individuellen Problemen. Und bei Wearables generell ist ja eben das Problem, dass sie eben dann doch sehr eben, weil sie eben so mit dem Körper eins werden, dann eben auch unterschiedlich empfunden werden. Ja, das ist eigentlich auch ein Problempunkt der Airpods oder zumindest empfinde ich es als ein Problempunkt der Airpods, dass sie einfach partout ausschließlich auf weiß angeboten werden. Wenn wir jetzt mal die Max ausklammern, ja, also alle anderen Airpods. Ich meine, das ist ja auch was, was sie bei Beats fährt, die komplett konträre Strategie, ja, da gibt es verschiedene Farben, da gibt es auch mal zwischendurch irgendwie neue Farben und so weiter. Und ich, also ich meine, ein bisschen Farben, ich glaube, es gab auch mal Gerüchte im Laufe der Jahre, vielleicht bringen sie doch mal irgendwie eine andere Farbe und es gibt irgendwelche Drittanbieter, die dir, glaube ich, deine Airpods auch umlackieren. Also da gibt es sicher viel, was der Markt hergibt, aber ich finde es halt schade, dass Apple selbst nicht doch irgendwie die Flexibilitätszeit, die müssen nicht unbedingt weiß sein. Ich meine, das hat sich natürlich so etabliert und es geht ja noch auf iPod-Zeiten zurück. Der weiß mal, wie tief das steckt und wie lang das her ist letztlich und wie weit es zurückreicht. Aber ich denke trotzdem, die Zeit, ich weiß nicht, ob sie sich da also irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, wenn man halt anbieten würde, die Airpods auch in einer anderen Farbe zu kaufen. Gut, es macht natürlich die Logistik immer ein bisschen komplexer, wenn du unterschiedlichste Farbtöne anbietest und ja, aber ich sehe auch das Werbeargument der iPods. Man könnte ja trotzdem weiterhin mit dem ikonischen Weiß werben und könnte aber eben dann ein paar Farbvarianten anbieten. Ja, da bin ich auch gespannt, ob da irgendwann mal Farbeeinzug hält. Das ist ja meistens so ein Move, den Apple irgendwann geht bei Geräten dann, wenn die Feature-Unterschiede nicht mehr ganz so groß sind, dass dann eben die Unterscheidbarkeit dann eben in der Farbe gegeben ist und vielleicht werden wir das aber künftigen Airpods-Generationen dann auch sehen. Pro-Modelle natürlich nur in Grau, Dunkelgrau, Schwarzgrau und so gehalten, nur in gedeckten Tönen, bitte, weil Profis haben keine Lebensfreude und Farben, keine Farben wünschen und Lebensfreude. Ja, irgendwie so ein interessanter Kontrast, wenn du Pro-Geräte benutzt und du hast dann weiße Airpods und sind aber trotzdem Airpods Pro, fällt ja ziemlich aus dem Rahmen. Das ist ziemlich gewagt, ziemlich gewagt, so als Pro sowas zu tragen. Das ist so wie weiße Sandalen oder so. Ja, gut. Ja, ein weiteres Thema ist der schnelle Gerätewechsel. Das ist ja auch ein Feature, was ja weiterentwickelt wurde, wo ich sagen muss, dass das aber dann irgendwann auch mal an einem Punkt war, dass es etwas negativ in Erscheinung trat, als nämlich der Fokus dann beim Gebrauch mehrerer Apple-Geräte dann eben ständig wechselte von Gerät zu Gerät. Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal meine Einstellung kontrollieren, ob ich da überhaupt noch das so zulasse. Also mir fiel vor allem immer auf im Wechselspiel Mac, iPhone, iPad. Da kriselte es. Ich glaube, ich habe den Mac irgendwann rausgenommen oder so und habe den abgeschottet, weil einfach, das war halt immer nervig, dass dann eben das dann rum übersprang, obwohl es nicht rüberspringen sollte, obwohl es ja eigentlich ein großes Komfortmerkmal ist, dass du eben nicht, wie du es bei anderen Bluetooth-Kopfhörern machen musst, dann jedes Mal anmelden musst oder viele haben ja heute auch so einen Doppelmodus, dass du zwei Geräte dann eben supporten kannst. Aber nichts ist so komfortabel wie das, was Apple da ja auf die Beine gestellt hat. Also wenn es perfekt funktioniert und das ist durchaus manchmal der Fall, vielleicht auch oft der Fall, dann ist es fantastisch, weil du dann wirklich diesen, der automatische Wechsel das so nahtlos und praktisch auch unbemerkbar macht, dass du gar nicht mehr mitbekommst, so ah ja, okay, ich habe ja jetzt gerade eigentlich vom iPhone aufs iPad gewechselt oder halt auch auf dem Mac und es ist halt dann immer, die AirPods sind da präsent, wo du sie halt haben möchtest und das funktioniert dann gut, aber das bricht halt an so vielen Stellen und so schnell halt, je nachdem, sei es halt, wenn auf zwei Geräten Audio abgespielt wird oder der Klassiker ist natürlich im Familienkontext, also das iPad, was den Kindern in die Hand gedrückt wird und dann plötzlich landet auf deinen AirPods, auf deinen AirPods landet halt irgendeine Kinderquakende Kinderserie, das ist auch so ein Klassiker, der sich halt auch schwerlich verhindern lässt, solange die, natürlich eben du ein Gerät weitergibst, was halt mit deinem Apple-Account oder mit deiner Apple-ID verbunden ist und damit sind ja auch die AirPods gekoppelt und das heißt, das ist natürlich auch ein Problem, was man sich dann selbst, wenn man so will, auch natürlich selbst einräumt, aber es ist natürlich mal, es ist halt mal in Familien auch so, dass halt gerade die iPads ja einfach weitergegeben werden und ich meine, sie sind halt nicht mehr benutzerfähig, das hat auch Apple uns eingebrockt praktisch, sodass man nicht einfach zum Kindermodus wechseln kann und damit entstehen diese Situationen und ich weiß nicht mal, es gibt sicher, irgendjemand kann da sicher auch peinliche Familiengeschichten erzählen oder dass man irgendwie plötzlich mal was auf die Ohren bekommen hat, was man vielleicht nicht hören wollte oder sollte, also da gibt es sicher Situationen, die auch komisch sind und meistens ist es natürlich was harmloses und dann halt einfach nur stören, weil wenn du dann einen Podcast hören willst und halt die Kinderserien plötzlich alle fünf Minuten und Kinder sind ja auch sehr verwirrt dann davon, also den Kindern musst du ja dann praktisch, die wissen dann irgendwann relativ schnell, okay ich muss halt irgendwie Bluetooth ausschalten oder so, was erstaunlich eigentlich ist, aber am Anfang ist halt großes Geschrei, wo ist man, wo ist man, wo ich höre nicht von meiner fantastischen Serie mehr und große Aufregung, also das ist, das ist was, was glaube ich aber auch natürlich ein schwer lösbares Problem ist, weil es halt eine extrem hohe Komplexität hat von den Geräten, womit sind die AirPods jetzt halt gerade verbunden und was will ich tatsächlich halt aktiv davon hören, das weiß ja eben, manchmal weiß eben auch nur ich das und die Geräte wissen halt einfach nicht, welches, wo der Audio-Kanal jetzt eigentlich gerade herkommen soll und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich finde das muss man eigentlich, das kann man auch gar nicht hoch genug wertschätzen, diese Raketenwissenschaft, die ja eigentlich dahintersteckt, hinter all dem, was die AirPods können, also angefangen damit, das ist ja eben schon damals als große technische Herausforderung galt, diese Latenz bei separat betriebenen Ohrhörern dann eben gleich zu halten, dass du eben nicht auf der linken Seite schneller hörst als auf der rechten Seite und bis hin und das haben sie dann ja wirklich weitergetrieben mit eben diesem Erkennen, mit dieser Erkennung, wo ist der Nutzer jetzt aktiv, welchem Gerät will er jetzt zuhören, was jetzt gerade eine Audio-Wiedergabe hat, also das ist schon erstaunlich, dass so ein kleines Produkt eigentlich so einen hohen Komplexitätsgrad in der Software hat, während wir ja manchmal bei den großen Produkten dann viel profanere Dinge sehen, die eben bei Weitem nicht so gut funktionieren, wie das, was Apple da bei den AirPods da auf die Beine gestellt hat und ja, es ist zur Selbstverständlichkeit geworden und natürlich können auch Mitbewerber vieles heutzutage eben auch gleichermaßen gut, aber es ist schon erstaunlich und deshalb sind die AirPods ja auch so ein faszinierendes Produkt. Blicken wir zum Abschluss mal in die Glaskugel. USB-C, wir haben es schon angesprochen, ist ja sicherlich ein Punkt, der gar nicht mal nur auf der Wunschliste steht, sondern der einfach Must-Have ist, auch aus Apples Sicht, damit sie eben eher Sortiment harmonisieren bei den Anschlüssen. Jetzt mal die gewagte Frage, Leo, wann schätzt du wird es denn so weit sein, dass wir Vollzug melden können, USB-C an allen Decks? An allen. Oh, das ist ja, das ist eine extrem knüffelige Prognose. Aber ich glaube, ich glaube, es sieht jetzt ganz gut aus, wenn man so die Gerüchte der letzten Monate sich anschaut, als würden wir in diesem Jahr zumindest neue Basismodelle sehen. Also das, was jetzt AirPods 2 und AirPods 3 im Line-Up einnehmen, das wird Apple offensichtlich jetzt mal erneuern in irgendeiner Form. Also AirPods 2, AirPods 2 raus, AirPods 2, AirPods 3 raus und da kommt AirPods 4 oder wie wir sie dann auch immer nennen werden nach. Da gibt es ja dann auch das Gerücht, dass sie sozusagen dieses Basismodell in zwei Varianten anbieten wollen. Das ist noch so ein bisschen konfus, dieses Gerücht. Also irgendwie eine, vielleicht eine billigere Variante und dann eben eine teurere, die dann auch zumindest eben die Geräusche unter die aktive Geräusche unter der Drückung von die bekommt, die ja jetzt den Pros bislang vorbehalten ist. Und dann in diesem Zug werden zumindest diese Geräte sicher auch ein Kästchen mit USB-C bekommen. Also alles andere wäre, glaube ich, absurd. Das weiß auch Apple und das wissen auch wir. Ich tippe auf die AirPods Air als Name. Sehr gut. Das hat sich ihrer logischen Konsequenz fortgeführt. Wann kommen die AirPods Air? Ja und das Schwierige an dieser Prognose ist halt natürlich, wann sie die Max auf den neuen Stand bringen und denen halt auch USB-C geben. Passiert das jetzt auch in diesem Herbst? Passiert das irgendwann 20, 25? Ich denke, es passiert in absehbarer Zeit, sagen wir mal plus minus in den nächsten zwölf Monaten. Ich fände es komisch, wenn sie die bis Herbst 20, 25 jetzt noch so weiterverkaufen. Aber ich glaube, es ist ein Produkt, wo auch das passieren könnte. Also da würde ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Also bevor wir aufgerichte Zuschriften bekommen, bei Bestandsgeräten sind sie in einer privilegierten Lage. Solange sie nichts daran ändern, können sie die noch weiter mit Lightning verkaufen. Jetzt nur, wenn sie ein neues herausbringen, dann müssen sie auf USB-C gehen. Jetzt mit Blick auf die EU-Vorschriften. Also da sind sie unter einem anderen Druck beim iPhone gewesen, weil sie ja jedes Jahr ein neues iPhone rausbringen, als jetzt, wenn sie einfach Produkte als Langläufer dann eben drin behalten. Also da haben sie jetzt dann keinen Druck, sofern sie jetzt nicht ganz dringend mal die Farbe ändern möchten. Die spannende Frage ist halt, wann sehen wir die nächsten AirPods Pro? Wann sehen wir AirPods Pro 3? Und da sieht es ja jetzt eher so aus, als würde das in diesem Jahr nicht mehr passieren. Die sind ja relativ neu durch diesen komischen in dem Zykluswechsel, den sie ja erst Ende letzten Jahres durchgeführt haben, wo halt das USB-C Kästchen kam und die Anbindung an die Vision Pro. Und da denke ich mal, dass wir vielleicht, das sehen wir dann doch tatsächlich erst 2025 irgendwann mal was Neues. Und da kommen wir auch schon zu diesen etwas ferneren Gerüchten, die jetzt ja auch gerade nochmal aufgekommen sind und die alle interessant sind. Und ich glaube, dass Apple da auch mit viel Zeug experimentiert. Aber ich sehe noch nicht so recht, wo die Reise dahin geht. Und das Gerücht geht, lief darauf hinaus, dass irgendeine Form von Kamera, was dann schnell irgendwie als Infrarot-Kamera eingestuft wurde, irgendwo in diese AirPods integriert wird. Also es wurde auch nicht so ganz klar, weil ich meine, das könnte ja an, also ich meine, wird das, du könntest natürlich sagen, die Kamera muss eigentlich nach außen zeigen, wenn sie irgendwas außen erfassen soll oder wenn sie irgendwie Gesten erfassen soll. Aber vielleicht zeigt sie auch irgendwie ins Ohr, um da irgendwas zu messen. Ich meine, Infrarot-Kamera könnte man sicher auch irgendwie Temperatur messen oder sowas, wo wir ein bisschen in dieser auch sehr alten Diskussion inzwischen sind, erhalten AirPods halt Gesundheitsfunktionen. da gibt es etliche Patente und Patentanträge von Apple, dass sie da natürlich irgendwie rumstochern. Aber ist es sinnvoll, wenn deine AirPods deinen Puls messen, während du Podcasts hörst? Vielleicht interessant, weil für die Analytics, ja, an welchen Stellen irgendwie der Puls hochging. Wie aufregend war der Mac and i Podcast. Genau. Wie viele Hörer sind irgendwann, ich meine, zum Beispiel, Hörer hören ja auch sehr gerne Podcasts zum Einschlafen, lasse ich mir immer wieder sagen. Kann auch passieren, ja, dann siehst du vielleicht, wie die Hörer so wegdriften und in die Ruheherzfrequenz eintreten. Nein, nein, dann Apple, da würde natürlich solche Daten sind natürlich strikt auf dem Gerät vorbehalten. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich sinnvoll wäre. Gesundheitsdaten wirklich, also es gibt jetzt ja schon auf dem Markt, müsste es ja mindestens ein, zwei In-Ears geben, die auch versuchen, ja, also die so auf dem Sportbereich ausgerichtet sind und die halt sagen, okay, ich messe halt beim Training deine Herzfrequenz. Ja, also erstens scheint es sehr unzuverlässig noch zu funktionieren und zweitens, klar, du kannst den Argument, also ich meine Leute, diese Herzfrequenz, Brustgurte und Armgurte und natürlich, das trägt auch nicht jeder gern und dann irgendwie die Idee, statt halt irgendwie gut, oder die Watch macht es halt am Handgelenk, das hat aber auch seine eigenen Unzuverlässigkeiten, aber dann die Idee zu sagen, okay, ich messe halt meine Herzfrequenz im Ohr, weil ich beim Training sowieso Musik höre und halt Kopfhörer trage unter der Voraussetzung, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, aber das ist so nischig und so speziell, dass ein Produkt wie die Airpods, was ja irgendwie sozusagen für alle gedacht ist und für so eine Breite, die haben ja überhaupt keinen Fokus irgendwie auf Supersport-Einsatz, das machen sie ja eher bei Beats, dass du wenigstens was hast, was dann irgendwie dir beim Sport das ein bisschen fixieren soll im Ohr, dass ich, ich sehe es halt einfach noch nicht, ich glaube, da ist viel Potenzial, aber ich weiß nicht, also abgesehen von Hörgesundheit, was ja sowieso so ein Fokus bei Apple jetzt seit Jahren ist und dann zu sagen, okay, du verstärkst halt bestimmte Sachen, Konversationsmodus, alles, was wir auch schon haben und es gibt ja auch dieses Gerücht, dass halt so eine Hörgesundheitstest irgendwie noch kommt, das wird vermutlich auch früher oder später passieren, bietet sich einfach an, aber das ist ja nochmal ganz anders als irgendwie halt Temperatur oder Herzfrequenz oder sowas zu messen, ist eine ganz andere Geschichte. Ich halte das auch für Funktionen, die das Ecosystem allenfalls stärken können, dass du eben, wir sehen ja diesen Trend ja insgesamt in der Branche, Samsung hat jetzt ja auch den Galaxy Ring in Aussicht gestellt und der wird zum Beispiel auch, kann auch verwendet werden zur Gestensteuerung, dass das eben im Zusammenspiel mit den anderen Geräten und genau so etwas kann ich mir auch vorstellen bei Apple mit Blick auf die AirPods, dass sie diesen, diesen Gedanken, der ja auch den Erfolg eingeleitet hat, diese Integration im System, dass da die Komponenten so zusammenwirken, dass sie den fortschreiben, und dass sie sagen, wenn du sowieso schon eine Apple Watch hast und ein iPhone, dann speisen sich diese Gesundheitsdaten aus den unterschiedlichsten Quellen und vielleicht ist es auch nicht die einzige Quelle, sondern dass das sozusagen als Zweitquelle, um das Akkurate nochmal herauszuarbeiten, dann verwendet wird. Aber ich gebe dir recht, das ist dann schwerlich als Headliner Feature zu verkaufen, wenn du schon ein Sternchen dran machen musst und musst sagen, dafür musst du aber noch mindestens zwei andere Apple Geräte besitzen, damit du einen Nutzen daraus ziehen kannst. Also ich denke auch, das wird nicht so der entscheidende Punkt sein. Gestensteuerung generell sehen wir aber ja auch zum Beispiel mit Blick auf die Apple Watch. Also da ist ja auch so, dass sie ja diese Handsteuerung gestärkt haben in WatchOS. Wäre eben auch denkbar, dass sie eben bei den AirPods das auch machen, denn mit der Steuerung sind ja nach wie vor auch viele auf Kriegsfuß. Also dieses so, dass ich am Stäbchen dann so ein bisschen reibe und dann wird es lauter oder leiser. Das gefällt einigen, anderen gefällt es gar nicht. Man hat, wenn man eine Apple Watch hat, aber ja sowieso eine kleine Fernbedienung am Arm noch. Aber, sag ich mal, so eine Gestensteuerung tut ja nicht weh, wenn man die jetzt zusätzlich hätte und das, wenn man so eine Luft dreht, dass dann voll Stoff gegeben wird oder so. Das wäre auch die Fortschreibung dieser Nick-Funktion. Ja, man sieht halt schon sehr viele desaströse Sachen, auch, wo dann irgendwas, was halt vor dir rumfuchtelt, praktisch plötzlich alles sehr laut macht in deinem Ohr, wenn da die Lautstärke. Also man sieht, ich glaube, die Probleme, die da zu lösen sind, sind, glaube ich, sehr groß. Aber klar, so irgendeine Art von Gestenerfassung oder so kann man sich sicher, glaube ich, vorstellen, dass da irgendwas Sinnvolles ist. Und natürlich gibt es ja immer noch jetzt halt gerade diese Idee dieser KI-Assistenten, die halt in deinem Ohr sitzen und natürlich irgendwie ein bisschen auch tatsächlich jetzt nicht einfach nur eine Infrarotkamera, sondern eine Kamera, die halt zum Beispiel erkennt, du hast irgendein Lebensmittel in der Hand. Das war ja so eine von den Demos, die wir jetzt gerade gesehen haben bei dem Humane-Ding, von dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und da ist ja die Idee, dass natürlich diese Kamera halt dieses Objekt erfasst und dir halt dann KI-gestützt mit Assistenzsystemen, du halt natürlich irgendwelche Informationen dazu gesagt bekommst oder erzählt bekommst. ist ein schönes Konzept, zumindest in der Theorie. Auch da weiß ich noch nicht, ob wir da irgendwie soweit sind. Da müssen wir auch erst mal sehen, wie sich Apple Intelligence schlägt und das Ganze, was Apple da jetzt mit KI überhaupt auf die Beine stellt und dann können wir, glaube ich, entscheiden, was da los ist. Aber ja, also ich glaube, man sollte sich nicht allzu sehr auf diese AirPods messen, meine Herzfrequenz-Geschichte irgendwie pochen, glaube ich. Ich sehe das in absehbarer Zeit noch nicht. Ich freue mich aber, wenn sie natürlich andere Gesundheitsfunktionen ergänzen, also alles rund um Hörgesundheit und diese Idee, dass du eben Sachen, die die AirPods als Hörhilfe einsetzt, finde ich extrem positiv und sinnvoll, weil da unglaublich viel mit möglich ist und auch dieses Stigma von Hörgeräten, du hast halt einfach normale Hörobjekte im Ohr und ich muss kein Hörgerät tragen und das ist ja immer das Problem, Leute wollen kein Hörgerät tragen, weil ich will halt kein Hörgerät tragen, weil es ist irgendwie, fühlen sich dann alt und das ist alles irgendwie falsch und das ist ja sehr blöd, weil es hilft dir dann unter Umständen im Alltag halt einfach massiv. Es ist ja immer der Witz inzwischen mit dieser Diskussion darüber, ob es eigentlich unhöflich ist, wenn man seine AirPods nicht rausnimmt im Gespräch mit dem anderen und ich sage dann immer, ja gut, ich höre den anderen halt mit den AirPods besser als ohne, also das ist praktisch unhöflich, wenn ich die rausnehme, weil ich höre dann die Person schlechter. Aber gut, das sind natürlich Sachen, die sich einpendeln müssen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall, da ist noch viel Luft nach oben, was die AirPods angeht und da hat Apple schon viel gemacht, also auch diese persönlichen Profile, die man erstellen kann, auch alles für die Pro-Modelle vorbehalten, aber wer das noch nicht gemacht hat, kann man nur empfehlen, das mal machen. Da kann man sich so sein eigenes Hörprofil anlegen und das kann irgendwie den Sound ein bisschen ausrichten. Das sind alles spannende Sachen, die einen Blick wert sind, denke ich. Selbstreinigungsfunktionen wären auch noch klasse. Das wäre super. Das ist ein großes Feld, also wenn man das so, wenn man AirPods eingibt im Netz als Suchbegriff, dann ist das auch ein Thema, auf das man häufig stößt. Die Frage halt, wie kriegt man das Case sauber, mit welchen Techniken und die AirPods selber, also das beschäftigt die Leute, kann man jetzt nicht anders sagen und es ist sicherlich auch so ein Ansatz, aber sicherlich auch nicht so das Headliner-Feature, so die Ohrschmalz-Ekennung oder so. Das will, glaube ich, niemand so genau erwähnen. Ja, ich glaube, Apple lässt das ab. Only Apple. Das ist, glaube ich, galant unter den Tisch fallen. Also Marketing-Problem, was man sich, glaube ich, nicht ans Bein binden möchte. Oder man verpackt es sehr nett, in sehr netten Worten, dass es dann deutlich wird, worum es geht, aber eigentlich haben wir nicht angesprochen. Bitte keine Details, so sozusagen. Ja, also wir haben gute Ideen für die Airports der Zukunft oder beziehungsweise es gibt gute Ideen da draußen und wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze materialisiert, wie das weitergeht. Ich würde sagen, wir haben einen recht guten Überblick hier jetzt auch für uns bekommen über die Airports, wo sie stehen, wo es vielleicht noch ein bisschen hakt, wie es weitergehen kann. In jedem Fall finde ich ein sehr interessantes Thema, weil sie so geräuschlos sind, finde ich, werden sie vergleichsweise wenig thematisiert. Insofern lohnt dieser Blick jetzt auch gerade in Urlaubszeiten, wo viele sie ja eben dann auch dann besonders intensiv nutzen, vielleicht am Strand oder im Flugzeug, auch ganz angenehm mit dem Noise Cancelling, dass man die, mache ich mal gerne, dass man sich die Flugzeuggeräusche so ein bisschen vom Hals hält. Also da gibt es ja auch noch so viele kleine Nebeneffekte, die man dann eben auch durch diese Funktionen dann hat. Und ja, insofern kleiner Blick darauf. Leo, ich danke dir. Danke allen, die zugehört und zugesehen haben. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare, Mails, Daumen nach oben, positive Bewertung bei Apple Podcasts. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns eine Freude zu bereiten. Und in diesem Sinne. Und nicht zu vergessen natürlich, wenn man immer über Airpods und alles andere rund um die Apple-Welt auf dem Laufenden bleiben möchte, gibt es ja eben auch, denn der Podcast hat ja sehr verdankt ja seinen Namen im Ganzen, Mac and I, das Heft und auch viele schöne Berichte, die auf Heise Online und Heise Plus erscheinen. Also auch gerne darin, da kaufen, reinschauen und uns gewogen bleiben. Ja. Ja. Leo, hast du noch etwas hinzuzufügen? Nein, schönen Juli und vielleicht auch schönen Urlaub. Wer jetzt auch die Reise irgendwo hin antritt oder zu Hause Urlaub macht, kann man auch machen. Ist auch nett. also das glaube ich und ja, nachdem, wir sind ja dann relativ regelmäßig auch weiterhin wieder zurück, sobald wir auch aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. Aber geht es einfach weiter mit der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.